Wissen Sie, das Wort Glück bei mir 7 statt 5 Buchstaben hat? Das kommt daher, dass Glück und Handeln für mich ein und dasselbe sind. Und das Wort Handeln hat nun mal 7 Buchstaben. Zählen Sie ruhig nach. Wenn Sie handeln, lösen Sie damit zwangsläufig so gut wie jedes Problem. Denn unglücklich macht uns nur unsere Schockstarre angesichts von Herausforderungen und Aufgaben. Sobald wir aber entschlossen loslegen, sobald wir etwas zielbewusst tun, ändern wir die Dinge zu unserem Vorteil. Langsam, aber sicher. Und dieses schöne Gefühl, durch Handeln etwas verbessern zu können, das ist das wahre Glück im Leben. Wollen auch Sie Ihr Glück planbar machen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem dreibändigen Ratgeber die drei Säulen des Erfolgs. Entdecken Sie 688 Seiten voller Wege zu mehr Erfolg, mehr Anerkennung und mehr Geld. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunion.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Gerade machen.